Also Handballfieber ist hier definitiv gegeben. Ich bin hier gerade beim GSG Duisburg im großen Baum und hinter mir findet gerade ein kleines Trainingsspiel statt. Und da wollen wir gleich nochmal genauer drauf schauen, weil es ist ja gerade die Handball-EM und deswegen wollen wir uns den Sport einfach mal genauer angucken. Und dazu würde ich jetzt als erstes direkt mal mit der Trainerin sprechen, mit der Pia. Hallo, stell uns deine Truppe doch mal vor. Ihr seid die D-Juden. Was bedeutet das genau? Genau, wir stehen als Spielerinnen aus dem Jahrgang 2011 und 2012 und sind eine Anführung, eine Amateurmannschaft eher und spielen in der Kreisliga. Seid ihr hier auch schon richtig im WM-Fieber oder ist das noch nicht so richtig losgegangen? Ja gut, die EM hat gerade erst angefangen. Zusammen haben wir noch kein Spiel geguckt, aber wir werden auf jeden Fall in Zukunft das eine oder andere WM-Spiel schauen. Mit Sicherheit. Du bist seit zwei Jahren hier Trainerin und spielst selber aktiv. Was würdest du denn sagen, was das Besondere am Handball für dich ist? Handball ist besonders vielseitig. Man braucht Kraft, Ausdauer, man muss dynamisch sein und vor allem schnell. Mit dem Satz zum Fußball muss man viel mehr nachdenken, meiner Meinung nach und einfach Spielzüge ansagen und einen Blick für die Spielerinnen haben. Okay, da wollen wir gleich mal reinschauen. Vor allem noch, würdest du sagen, dass Handball genug Aufmerksamkeit in Duisburg oder auch in Deutschland allgemein erfährt? Im Duisburg selbst haben wir eher wenige Mannschaften, vor allem wenige Jugendmannschaften. Es könnte auf jeden Fall mehr geben und viel mehr Aufmerksamkeit auf Handball geben, aber ich denke nur, das wird sich vielleicht mit der Handball-AM entwickeln. Da kann man hoffen auf jeden Fall. Wir wollen unsere Aufmerksamkeit jetzt einmal aufs Feld lenken. Da wird nämlich gerade schon ordentlich gespielt und geht gerade weiter. In welcher Phase das Training befindet sich gerade? Wir befinden uns in den letzten zehn Minuten. Da spielen wir noch ein bisschen und proben das, was wir jetzt haben. Wie würdest du das Leistungsniveau hier einschätzen? Das ist total unterschiedlich. Wir haben einige, die können schon richtig viel Handball spielen. Wir haben aber auch viele Anfänger dabei, die erst vor zwei oder drei Hunderten Anfänger haben. Also eine gemischte Truppe. Aber das Spiel kann jetzt noch gar nicht so richtig loslegen, weil nämlich noch die beiden Team-Kapitäninnen fehlen. Die habe ich auch noch mir hier drüben einmal bereitgestellt. Das ist einmal die Carla und einmal die Anna. Carla, sag du mir doch mal bitte, was für dich das Besondere am Handball ist. Also ich finde Handball generell sehr cool. Es ist halt, wie soll ich sagen, es ist ein Gemeinschaftssport. Das heißt, es ist nicht zum Beispiel wie Schwimmen, dass man alleine ist und aufs Feld gestört ist, sondern dass man Teammitglieder hat und auch sehr viele Gemeinschaften dann schießen kann, weil man ja eine Gemeinschaft ist und ein Team. Und dann schließt man sehr viele Freundschaften hin. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass man halt Freundschaften schließt. Also hier wird Freundschaft auf jeden Fall sehr, sehr groß gegeben. Das ist sehr schön. Anna, komm doch ruhig ein Stück näher noch zu mir. Was würdest du denn sagen, was man braucht, um richtig gut Handball spielen zu können? Weil ich selber habe zum Beispiel noch nie richtig Handball gespielt. Was braucht man dafür? Also man braucht sehr gute Koordination, schnelle Reflexe oder generell Schnelligkeit. Gut werfen sollte man auch. Eigentlich sollte man offen für alles sein. Also beim Handball, da passiert wirklich das ein oder andere, mit dem man nicht rechnet. Also einfach offen sein. Wofür man auch offen sein sollte, sind wirklich neue Freundschaften und jetzt nicht so eine Bekannte, sondern wirklich sowas wie so eine zweite Familie. Also wirklich so ein Ort oder so einen Menschen, auf die man sich immer verlassen kann. Also ein ganz großer Teamgeist, den ich hier spüre. Und den wollen wir jetzt auch auf dem Feld spüren. Rögt nämlich jetzt rein ins Spiel laufen, damit es so richtig losgehen kann. Und dann wollen wir mal ein bisschen Handball spielen. Die Kala in der Mitte, die mir sagt, meistens spielen die Spielziele ein, entscheidend halt quasi, wie das Spiel abweist. Also wir können auf jeden Fall noch 2011er, 2010er Mädels bei uns gebrauchen. Ihr könnt gerne mal auf unsere Homepage auch schauen, da stehen unsere Trainingszeiten angegeben. Es sieht zwar jetzt viel aus, aber wir haben viele unterschiedliche Jahrgänge jetzt dabei, auch jüngere. Und für die nächste Saison suchen wir auf jeden Fall noch Verstärkungen. Okay, dann hoffen wir, dass vielleicht hiermit auch ein paar neue junge Leute darauf aufmerksam geworden sind. Duisburg ist ja nicht umsonst Sportstadt. Und ich würde sagen, damit gebe ich wieder zu dem Studio. Und wir schauen noch mal die letzten Bilder aus diesen Trainingsspielen an. Und wir schauen dann, damit wir noch glaube ich an. Vielen Dank.